2023, früher in Rente gehen mit der Altersrente für besonders langjährig Versicherte. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. 2023 wird aus unserer Sicht ein Jahr der Frührente, der vorgezogenen Altersrente, vorzeitig in Rente gehen ohne Abschläge. Hunderttausende werden im Jahr 2023 den Ausstieg aus der Arbeit suchen. Mit der sogenannten Arbeitnehmerrente, der Altersrente für besonders langjährig Versicherte. Eins können Sie mir glauben, die Altersrente für besonders langjährig Versicherte ist keine Akademikerrente. Sie ist nach der Regelaltersrente als vorzeitige Rente diese Rente mit den höchsten Antragszahlen. Die vorzeitige Rente gibt es nur ohne Abschlag und grundsätzlich hat sie nur einen regulären Beginn. Sie hat also keinen frühestmöglichen Beginn, wie bei der Altersrente für langjährig Versicherte zum Beispiel. Die Anspruchsvoraussetzungen für diese Rente sind in den § 38 und 236b SGB VI, Sozialgesetzbuch Nr. 6, geregelt. Der Anspruch für die abschlagsfreie Rente setzt im Wesentlichen drei Dinge voraus. Erstens das Renteneintrittsalter, zweitens 45 Jahre Wartezeit und drittens, das kennen Sie schon, den Rentenantrag. Ohne Antrag keine Rente. Steigen wir schon mal in das Renteneintrittsalter ein. Die Altersrente für besonders langjährig Versicherte können Sie nach den gesetzlichen Vorschriften erst mit Vollendung des 65. Lebensjahres erreichen. So steht es in § 38 SGB VI, geregelt. Dieses Renteneintrittsalter gilt aber nur für die Geburtsjahrgänge nach dem 31.12.1963. Wer also am 01.01.1964 geboren ist, kann in diese vorzeitige Altersrente vor der Regelaltersgrenze nur noch mit Vollendung des 65. Lebensjahres in Rente gehen. Für die Geburtsjahrgänge vor dem 01.01.1964 gelten übergangsweise Sonderregelungen für das Renteneintrittsalter. Wie Sie ja wissen, wurde zum 01.07.2014 das Renteneintrittsalter der Altersrente für besonders langjährig Versicherte, die es schon seit dem 01.01.2012 gibt, vom 65. Lebensjahr auf das 63. Lebensjahr abgesenkt. Frau Nahles, sei Dank. Wer aber in der Zeit nach dem 31.12.1952 bis zum 31.12.1963 geboren ist, kann nicht mehr glatt mit 63 in diese Rente gehen, sondern es gilt für jedes spätere Geburtsjahr nach dem 31.12.1952 wird das Renteneintrittsalter um zwei Kalendermonate angehoben. Ich habe noch vergessen zu erwähnen, dass ab dem 01.07.2014 der Renteneintritt mit glatt 63 Jahren möglich war. Das galt aber nur für die Geburtsjahrgänge bis zum 31.12.1952. Wer also 1958 geboren ist, kann mit Vollendung des 64. Lebensjahres die Altersrente beanspruchen. Im Jahr 2023 können die Geburtsjahrgänge ab dem 02.12.1958 bis zum 30.09.1959 erstmals die Altersrente für besonders langjährig Versicherte beantragen. Wer am 01.10.1959 geboren ist, kann diese Rente erstmals zum 01.01.2024 beantragen. 45 Jahre Wartezeit. Wir brauchen für die Altersrente für besonders langjährig Versicherte 45 Jahre Wartezeit, wenn Sie diese im Jahr 2023 beantragen wollen. Das sind mindestens 540 Kalendermonate. Und diese Voraussetzung ist zwingend. Die 45 Jahre müssen bei Beginn der Rente vorliegen. Im Grundsatz kann man sagen, dass Pflichtbeitragszeiten, Kindererziehungszeiten, Kinderberücksichtigungszeiten, Zeiten des Sozialleistungsbezugs, Zeiten der pflegenahe Angehöriger, Krankengeldzeiten, Übergangsgeldzeiten, Verletztengeldzeiten, Zeiten des versicherten Minijobs, Kalendermonate aus Zeiten des nicht versicherten Minijobs, Zeiten oder Kalendermonate Zeiten der Antragspflichtversicherung, Zeiten einer Pflichtversicherung eines selbstständig Tätigen und Ersatzzeiten in diese Wartezeit der 45 Jahre mit reingerechnet wird. Zeiten des Bezugs von Arbeitslosengeld I zählen zwei Jahre vor Rentenbeginn grundsätzlich nicht mit in die 45 Jahre hinein. Davon gibt es aber wiederum Ausnahmen. Zeiten der freiwilligen Versicherung zählen auch mit in die 45 Jahre mit rein, aber zwingende Voraussetzung dafür ist, dass Sie mindestens 18 Jahre Pflichtbeitragszeiten nachweisen können. Wichtig auch, welche Zeiten nicht in die 45 Jahre zählen, das muss Ihnen auch klar sein. Arbeitslosengeld II Zeiten, also Hartz IV und Bürgergeld jetzt ab 01.01.2023, Arbeitslosenhilfezeiten, Schulausbildungszeiten, Fach- und Hochschulzeiten, normale Schulausbildungszeiten, Rentenbezugszeiten, Zurechnungszeiten, Anrechnungszeiten. Alle diese Zeiten zählen grundsätzlich nicht mit in die 45 Jahre Wartezeit. Deshalb ist es auch gar nicht so einfach, die 45 Jahre Wartezeit tatsächlich zu erreichen. Last but not least, wir brauchen natürlich noch einen Rentenantrag. Ohne Antrag, hatte ich ja eingangs erwähnt, so sagt das Gesetz, gibt es die Rente nicht. Das gilt im Übrigen auch für die Altersrente für langjährig Versicherte, für schwerbehinderte Menschen und auch für die Regelaltersrente. Es gibt aber da eine Ausnahme, wenn man eine Regelaltersrente unmittelbar nach einer Erwerbsminderungsrente erhält. Wer am 2.12.1958 geboren ist, kann erstmal seine Rente zum 01.01.2023 beantragen. Das hatte ich ja schon gesagt. Dazu kann unser Versicherter spätestens am 31.03.2023 rückwirkend zum 01.01.2023 den Rentenantrag stellen, damit die Rente auch tatsächlich zum 01.01.2023 beginnen kann. Stellt er seinen Rentenantrag erst am 01.04.2023, kann es unter Umständen mit einer rückwirkenden Beantragung zum 01.01.2023 nicht klappen. Dann gilt die Rente zum 01.04.2023 als beantragt. Mein Tipp, stellen Sie sechs Monate vor Rentenbeginn den Rentenantrag. Prüfen Sie vorher alle Voraussetzungen für Ihren Rentenbeginn. Ein Blick in die aktuelle Rentenauskunft legt oft die Karten auf den Tisch. Eine Rentenauskunft ist manchmal wirklich eine Offenbarung. Ab 2023 entfällt auf die Altersrente für besonders langjährig Versicherte die Anrechnung eines Hinzuverdienstes, weil es diesen ab 2023 gesetzlich einfach nicht mehr gibt. Bei einer Beschäftigung neben der Rente über der Geringfügigkeitsgrenze sind Sie nicht versicherungsfrei in der Rente. Es werden weiter Entgeltpunkte aus Ihrem Verdienst berechnet und Ihrem Rentenkonto ab Erreichen der Regelaltersgrenze gutgeschrieben. Sie sind auch ganz normal weiter in den anderen Bereichen der Sozialversicherung versichert bis zur Regelaltersgrenze. Bitte prüfen Sie auch rechtzeitig vor Rentenantrag, ob Sie als Rentner in die günstige Krankenversicherung der Rentner, diese ist eine Pflichtversicherung, mit dem Tag des Rentenantrags aufgenommen werden können. Das ist eine ganz, ganz wichtige Geschichte. Nicht, dass man da eine böse Überraschung erlebt. Die Altersrente für besonders langjährig Versicherte ist im Grundsatz geringer als die Regelaltersrente. Wenn Sie also weiterarbeiten bis zur Regelaltersgrenze, würde dann Ihre Rente normal, also höher ausfallen, als wenn Sie bei Bezug einer Altersrente für besonders langjährig Versicherte nicht mehr arbeiten würden. Die Rente, hatte ich eingangs auch schon gesagt, das merken Sie sich bitte, ist immer ohne Abschlag. Wir hoffen, dass Sie mit diesen Informationen gestärkt im Jahr 2023 Ihre Altersrente für besonders langjährig Versicherte erreichen oder diese beantragen können. Wir wünschen allen vorgezogenen Rentnerinnen und Rentnern im Jahr 2023 alles Gute und beste Gesundheit. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel. Wir sehen uns beim nächsten Mal.